Der Iran hat Israel in der Nacht auf Sonntag mit Drohnen und Raketen angegriffen. Der Chefsprecher des israelischen Militärs, Konteradmiral Daniel Hagari, bezeichnete Irans Vorgehen als sehr schwerwiegend. Die Region werde dadurch in eine Eskalation gedrängt. Nach Angaben des Militärs feuerte der Iran in der Nacht mehr als 300 Drohnen und Raketen auf Israel ab. 99 Prozent davon seien allerdings abgeschossen worden. Die israelischen Streitkräfte seien weiterhin voll einsatzfähig, weitere Maßnahmen würden diskutiert. Nach ersten Behördenangaben wurde ein siebenjähriges Mädchen verletzt. Irans Revolutionsgarden bekannten sich zu dem Angriff und sprachen von einer Strafe. Mehrere westliche Staaten, darunter Deutschland, verurteilten die Attacke. Es war der erste direkte Angriff des Irans auf Israel. Neben den Drohnen seien Dutzende Boden-Boden-Raketen auf Israel abgefeuert worden, darunter auch mehr als zehn Marschflugkörper. Ein israelischer Militärstützpunkt sei leicht beschädigt worden. Später in der Nacht hob die Armee eine Warnung an die Bevölkerung in einigen Teilen des Landes auf, sich für eine Flucht in die Schutzräume bereitzuhalten. Später in der Nacht